3 Wochen sind schon wieder rum seit dem letzten Festival und wir sind wieder unterwegs. Diesmal auf dem Weg zum Deichbrand-Festival in Cuxhaven. Da waren wir noch nie. Ziemlich großes Ding mit viel Hip-Hop am Start. Das heißt wir sind so ein bisschen Außenseiter, aber es könnte trotzdem ein großes Fest werden. Dave? Kannst du auch noch was sagen? Nein, darf ich nicht sagen. Ich warte bis wir spielen dürfen, 2 Uhr nachts. 2 Uhr nachts? Ich glaube wir haben noch nie so spät gespielt. Wir werden um 3 Uhr von der Bühne gehen und gucken ob da noch jemand da ist. Gut? Schön? Reicht? Ey, wie wir hier einfach seit Stunden rumfahren, weil wir den scheiß Check-In nicht finden. Boah Alter, ist das schlimm. Ich bin Cloud-Rapper. Da muss ich irgendwelche Pisse mir in der Presse tätowieren lassen. Ja, das Check-In ist Kacken gerade und wir kommen nicht rein. Wenn sie ein bisschen Muchen hören, fühle ich mich sofort. Woher hören wir? Ich habe nochmal Krachmucke. Dass noch ein Rock? Ja. Also wir sind hier auf dem Deichbrand, so ein Hip-Hop-Festival, benannt nach Deichkind. Haben wir denn den Wagen mit dem besten Ausdruck gekauft? Gleich los. Ich gucke vielleicht die Polizei und die nicht. Ey wir haben noch 22 Uhr, hier ist Ruhe an dieser Art. Ist das auf irgendjemand eigentlich? Ja. Das ist doch toll. Totale Allergie hier. Was hast du gesagt? Richter Allergie. Ich nehme da einen Beckenständer. Geh kurz machen. Ja, aber das haben sie schon schön gemacht hier. Also der Champagner fehlt noch, aber ansonsten... Gib mir. Gib mir. Gib mir. Gib mir. Gib mir. Oh Gott! Das Wasser, Christoph! Das Wasser! Das tut echt gut! So, wir sind jetzt hier eine halbe Stunde vor der Show. Wir bauen jetzt auf. Also wir haben schon aufgebaut, wir rollen das jetzt drauf. Und mal gucken, wer noch so bleibt. Wir haben es jetzt 1.30 Uhr. Und ja, wer jetzt noch Bock hat, der will uns auch wirklich sehen, glaube ich. Da ist Frank, 2019. Wir haben es 2 Uhr nachts. Das Intro läuft. Leute, haben wir noch Bock? Bockgange! Wir haben auf jeden Fall Bock. Wir haben auf jeden Fall. 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 Vielleicht ist es auch einfach jetzt um vier Uhr morgens und deswegen drehe ich ein wenig durch gerade. Durch. Durch. Heute. Durch. Das Problem ist, also beim Licht, das große Problem ist, jetzt drehen wir alle ein wenig durch. So, jetzt sind wir da, wo wir angefangen haben. Stimmt, hier ging es los. Da war noch alles gut. Das ist ungefähr auch das gleiche Licht. Zwölf Stunden später. Ja, also es war ziemlich geil. Reichbrand, wir sind jetzt ganz schön fertig. Wir haben es jetzt um fünf. Das ist auf jeden Fall relativ spät für uns, alte Männer. Aber die Show war trotzdem geil, trotz später Stunde und es war echt fit. Wir freuen uns schon aufs nächste Festival. Nacht? Ich die Ecke. Ich die Ecke. Es liegt wieder nichts. Ich die Ecke. Ich die Ecke. Ich die Ecke.